Hallo und willkommen bei Vielblauem Nichts Nummer 306, die erste Folge im neuen Jahr. Hurra hurra! Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und ohne Unfall und Stress. Ich habe hier so im Umfeld, andere Leute hatten wohl auch nicht so das ganz tolle Silvester, weil gesundheitlich was reingelangt hat. Also nicht jetzt das, was neu ist, was ich nicht wusste bis vorhin, aber scheint einigermaßen rum zu sein. Unsere Katzen haben auch Silvester, naja, das Übliche halt, nicht so ganz ideal mitgenommen, aber es ging. Sie waren nicht komplett panisch, also panisch waren sie eigentlich eh nicht so. Sie haben sich immer bloß ins letzte Loch verkrochen. Das war diesmal auch so, aber nicht so lang und der Wutzel, der hat wie letztes Jahr auch beschlossen, dass er seine apathische Phase auch im Wohnzimmer abhalten kann und ist dann bei meinen Eltern gewesen. Das war schön, immerhin etwas und sonst so, naja. Gut, Urlaub ist rum. Ich bin fleißig am Heft fertig machen und habe mir ein paar Spiele zu viel aufgeladen, bin deswegen ordentlich am Rödeln. Aber gut, wird schon und sonst so und ja. Geht mir es an. Temperaturprognosen habe ich mir jetzt vorgenommen, spare ich mir, weil war ja nicht der Gag, aber was soll's. Ähm, ja, kurz bevor ich denn die Kommentare und sonst was nage, ich habe, äh, vorgestern am Mittwoch, am Dienstag, egal, plötzlich hatte ich 30 Abonnenten mehr und so und ich denke mal, ups, was ist jetzt los? Macht die YouTube wieder irgendeinen Unsinn? Und dann habe ich doch relativ schnell festgestellt, nee, das, das ist, das haben mir die Familie Pixel beschert, weil die, wie ich, okay, kann man ja jetzt sagen, jetzt kann man sich sehr denken, ich war, naja, ich habe es ja auch gesagt gehabt, ich war bei, beim Herrn Pixel und wir haben Videos aufgenommen, die in absehbarer Zeit hier auch auftauchen und dann haben wir auch für ihn Videos aufgenommen und hat beide hintereinander rausgeschossen, einen auf seinem Kanal und einen auf dem Kanal von Frau Pixel und der erste war bei Frau Pixel und da haben dann, da war ich, ich weiß nicht, also ich nehme an, da überschneidet sich die Zielgruppe zu wahrscheinlich fast 100 Prozent, also ich bin mal ziemlich, also ich würde mich sehr wundern, wenn es Frau Pixel Abonnenten gibt, die nicht auch Herr Pixel abonniert haben, aber gut, weiß man es, also Pixel Connect, äh, muss ich gerade mal fragen, ob man das irgendwie nachgucken kann, aber egal, jedenfalls, die haben dann, und da, da diskutieren wir über das vergangene Jahr und prognostizieren ein bisschen über das Neue, ähm. Ähm, und da hat er dann natürlich auch netterweise erwähnt, erst einmal natürlich wer ich bin und auch mit Verlinkungen und das hat mir es gebracht und bisher, so statistisch gesehen, wenn ich mich verschaut habe, ähm, hat mich das jetzt ungefähr, äh, hat mir das jetzt ungefähr 44 oder über 40 neue Abonnenten beschert und davon ist auch, wie es aussieht, aktuell erst einer wieder abgesprungen, obwohl es jetzt schon zwei Videos gehabt mit Essen und Trinken, aber, ja, haben es verkraftet, scheiße. Dadurch hat auch mein, äh, mein Jahres, äh, Abschlussvideo doch nochmal ordentlich angezogen, weil das wäre sonst ein bisschen wenig gewesen, aber gut, Trend ist ja, vor allem, müssen wir ehrlich sein, ist halt einfach so, ähm, aber momentan hält sich das Niveau ganz okay. Mal gucken, wie es, wie lang es so bleibt. Schade, ein bisschen schade, dass er die Videos innerhalb von zwei Tagen eben rausgeschoben hat, weil es das zweite war über Rennspiele, das ist ja oft auf seinem Kanal, äh, und dann hat er noch einen Shorten ausgeschoben, sehr, das hat er, das hat er mir vorher nicht gesagt, aber egal, ähm. Und da, ja, mal gucken, wie es so bleibt und ob es was bleibt. Also, ich glaube, das wird jetzt mein kompletter Zugewinn für das kommende Jahr sein an neuen Abonnenten. Es kann also wieder was noch nach unten gehen. Egal, äh, ja, das war ganz lustig, so Überraschung für mich und dann sonst wie, ja, okay. Äh, und, ach ja, also, bin mir ziemlich sicher inzwischen, ich habe mich nicht angesteckt, er hat auch die Frau Pixel nicht angesteckt, er hat dann also auch Glück gehabt und, ja, okay. Jo, dann gehen wir es an. Also, erstmal ein Nachzügler-Kommentar zu einem früheren Eating, nämlich die Nissin Cup Noodles Five Spices Beef, Aromatic Spicy Soup, die waren vor zwei Jahren, da meint der Tokio. In Japan kriegt man ab und ab eigentlich überall, kriegt man ab eigentlich, also kriegt man eigentlich überall auch normales Besteck auf Anfrage. Manchmal sehen die einen auch schon an, dass man das Stäbchen-Noob ist und bringt es gleich zur Mahlzeit mit. Wahrscheinlich für alle, alle mit westlichen Gesichtszügen kriegen gleich was, keine Ahnung. Äh, ich kann mich entsinnen, dass ich da mal philosophiert habe drüber in einem Video, dann wird es wohl das gewesen sein. Und Funfact meint, in Carrea kriegt man meistens gar keinen Besteck serviert, das liegt zumeist an der Schublase am Tischende. Wenn man das nicht weiß, guckt man erstmal doof aus der Wäsche. Okay, das glaube ich, hat er jetzt ja live aus der Erfahrung erzählen können. Ja, äh, wieder was gelernt, aber ja, dachte ich mir schon. Die sind alle, die sind höflich und halten einen dabei für einen Deppen wahrscheinlich. Das, aber sie sagen es nicht. Da ist der Japaner ja wohl anders wie andere. Egal, gut, das war dann der Nachzüg, dann hatten wir ja das Bla, das war noch im Vorjahr. Da meint der Düsi erst Erster und dann hausendem hat er sich gestern wieder total vergessen, zu viel um die Ohren, er wünscht auch einen guten Rutsch. Danke, gleichfalls, wie immer. Der Tokio Zweiter zum letzten Mal in dem Jahr, guter Rutsch an alle auch und der MT Elite wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jawohl, also es war alles noch, das war ja noch vor Jahreswende, vor Mitternacht, Silvester, wie auch immer. Und dann haben wir natürlich mein glorreiches, dass ich mir jetzt, also gehen wir erstens die Konsumvideos noch. Zum Getränk hat sich noch keiner geäußert, also zum Getränk in Anführungszeichen, nämlich The Brain Licker. Ist ja eigentlich, kann man jetzt streiten, ist es ein Getränk oder nicht, aber im Video habe ich es ja ausführlich erklärt, warum. Da, obwohl es hat auch schon, doch schon, also da, also da sind die Aufrufszahlen wieder ein bisschen höher, als man denken könnte, aber nicht so viel höher. Wobei die Nissin-Nudels haben jetzt immerhin 13 Aufrufe, ist aber auch echt wenig. Vor allem, das ist doch ein, da gibt es so viele, also nicht mal wenigstens ein Random versprengt, der auch mal drüber stolpert. Keine Ahnung, was da los ist. Egal, also zum Getränk hat sich noch keiner geäußert, aber zum Eating, zum McEnany Chili Concan Chalapenos, das hat 57 Aufrufe. Da haben wohl ein paar Pixel-Connect-Querschauer versehentlich draufgeklickt oder absichtlich, wer weiß das schon. Da gibt es ein paar Kommentare, zwei nämlich, der MT-Lied, der meint, also auch 2024 keine gesunde Ernährung bei Ulrich. Das ist korrekt, weil, also ich meine, das Video ist ja noch von 2023. Die ersten 2024-Videos, das dauert schon noch eine Weile, bis die auftauchen. Also die auch im Jahr 2024 entstandenen Videos, also Konsumvideos. Aber ja, nein, das ist natürlich klar. Und da jemanden namens FH, hoffe ich, dass es stimmt, weil eben im Backend sieht man ja, wobei der MT-Lied hat es irgendwie geändert. Cool, also bei der anderen Leute steht die Nummer dann. Komm, wir liegen zusammen und schenken Ulrich einen Kochkurs an der VHS. Äh, Edge-Badge, Smiley und, äh, Victory-Zeit. Danke dir, FH, aber ich glaube, äh, da könnt ihr mir auch das Geld so geben, dann kann ich mir ungesundes fertigen Mahlzeiten kaufen. Da ist es, dann ist es besser angelegt. Ja, das Chili-Con-Kahn, das war ganz okay. Aber ich mag Chili-Con-Kahn halt eigentlich lieber mit, mit Reisbeilage, wie es bei Chef Select zum Beispiel ist. Aber egal. Gut, und natürlich hatte ich meine alljährliche Jahresansprache, wo irgendeiner einen Daumen gesenkt hat. Ein Depp, aber wahrscheinlich ist der, der sich vergessen hat, den Wochenrückblick, äh, Quatsch, das ist ein Bla zu senken. Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Egal, jedenfalls, Fide Schauer, über 20 Daumen hoch. Das finde ich schön, aber auch das sind offensichtlich diverse Leute dabei, die, die es mir der Zufall drüber gespült hat. Jetzt muss ich übrigens mal gucken, ob ich hier vielleicht Kommentare habe, die held for review sind. Nee, hab ich nicht. Okay. Hätte ja sein können, wenn irgendjemand neu kommentiert. Ähm, ja, also mein tolles Video, wo ich nachbearbeiten musste ein bisschen, man hat's, äh, damit man die Werbung nicht sieht. Also, ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so. Da hab ich dann neu aufgenommen, dass man irgendwie mitten im, im Gespräch, ausgerechnet da die Werbung von YouTube, neigegrätscht hat. Und da hab ich aber gedacht, das kippt doch nicht. Die fünf Minuten, ausgerechnet jetzt, aber egal. Gut, also, Rede. Da meint der Düsi, frohes neues Jahr, ach ja, Erster. Also, der war recht, recht pünktlich und mit der Nacht, tja, ein Staubomber sagt ein frohes neues Jahr. Danke. Ich weiß nicht, kenn ich dich? Wenn nicht, ist egal, frage ich mich. Der Terbi meint, er wünscht auch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Auch wenn die Zukunft aktuell nicht so rosig ausschaut, hat er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Und versucht zumindest in die Zukunft zu schauen. Ja, das tun mir ja alle irgendwie. Aber hoffentlich dann auch weiterhin regelmäßig mit den neuen M-Games, das hoffe ich auch. Und unterhaltsamen Videos hier auf dem Kanal. Ja gut, das ist, ich sag mal so, ein neues Heft wäre immer wichtiger, weil da hängt mein Einkommen dran. Und am Kanal nicht so sehr. Aber, ja, gucken wir mal, wie es läuft. Der Deku-Man, also der Diego, der hier übrigens heute keine Mail geschickt hat, außer sie kommt noch, weil er hat noch Zeit, solange ich aufnehmen kann es sein. Ich bin nach 18 Uhr, aber nicht so schlimm. Ich habe ein paar andere, also wir werden lang genug, glaube ich, länger als letztes Mal auf jeden Fall. Und damit ist eh alles gut. Also dann würde er sich ja beim nächsten Mal wieder sicher wählen. Ist doch klar. Jawohl. Ein frohes Neues mit Feuerwehrskurl auf, dass es bergauf geht. Ja, ich, ja, ja, schauen wir mal. MT Elite, mein, frohes neues Jahr und alles Gute. Danke, der Tokio-Main, ein frohes neues Jahr und die ganze Kernbande. Und sollte es aus Gründen mal eine Woche kein Blauer oder Video geben, werden wir es verkraften. Also ihr, der, das würde ich auch hoffen. Hauptsache alle Beteiligten bleiben erhalten und im Bestenfalls finden sich neue Kameraden. Theoretisch könnte es ja jetzt passieren, wenn da wirklich irgendwelche Pixel-Connect-Rüber-Kommer sich da hierfür erwärmen können. Aber ich würde jetzt nicht darauf wetten. Aber gut, er ist mal gespannt, Mr. Pixel und mich wieder im Duett zu sehen. Ja, wie gesagt, da kommen wir ein paar Videos. Jetzt dann in absehbarer Zeit. Ach so, um hier, ja Gott, gleich. Und dann Heide Schinkemann, frohes neues Jahr. Danke an das Kernspielerteam für unterhaltsame Podcasts und lustige Videos. Ja, das Team bin ich, wie wir ja wissen. Seit vielen, vielen Jahren, aber gut. Und der Xantham meint noch, frohes Neues, hoffentlich geht es bei mir bergauf. Ja, also wie soll ich sagen? Irgendwann ja, aktuell nicht so wirklich. Also ich sage mal, es sind einfach Umstände, die sich nicht ändern lassen werden, wie es aussieht. Aber lassen wir es. Jedenfalls mich gibt es. Mir wird es irgendwann schon wieder dann aufwärts gehen. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt ganz am Ende bin. Also es ist nur, es könnte alles viel besser sein, aber es ist es halt leider nicht. Aber es ist ja auch, wenn man jetzt in die Welten ausschaut, auch nur in Deutschland, da reicht es ja auch schon. Alleine, was heute wieder los war, oh Gottes Willen. Aber da kommen wir ja noch, auch noch mal drauf. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ah ja, richtig, Videos. Videos habe ich schon angelegt. Drei Stück sind für die Woche angepeilt. Und zwar, morgen gibt es ein Import Report. Den 25. Ich habe mir nämlich ja an Weihnachten mich beschert. Das habe ich genug wieder gehabt für eine Folge. Und dann wird zweimal ge-eatet. Einmal gefanpost-eatet und einmal selbstgekocht ge-eatet oder selbst erhitzt ge-eatet. Also einmal warm, einmal kalt. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja. Genau. Gut. Das dazu. So, haben wir die Kommentare durch, glaube ich. Ist schon lustig. Plus 29, plus 13, plus 4 sind die letzten drei Tage an Neuabonnenten. Witzig. Okay. Ja. Dann gehen wir in die ehemals. Derer drei, die da sind. Wenn ich mich nicht wohl geschaut habe, dann gehe ich mal durch in Reihenfolge des Eintreffens mehr oder minder. Oder nicht ganz in Reihenfolge, wie es mir halt passt. Gut. Der Düsi hat sich kurz gemeldet. Moin Ulrich. Frohes Neues Jahr an Adolf Kerning. Dann gleichfalls beim IGRE2 Mini Arcade Memories Vol. 2 mit Cyberstick. Bei Amazon Japan ist der Versand sogar um 1000 Yen seit Release gestiegen. Ähm. Ich habe die These, ich kann es natürlich jetzt nicht mit Gewissheit belegen, aber ich habe die These, dass das einfach das korrekte Porto ist und das vorher ein Platzhalter war und der Platzhalter eben nicht gestimmt hat. Weil ja ein paar Tage vorher haben sie ja das Porto für die SD-Karte alleine endlich aufs Korrekte gesenkt und mag schon sein, dass dann der Stick so teuer war durch die Größe. Wobei, jetzt muss ich gerade mal gucken. Der Stick ist, der ist schwerer wie das, der ist wahrscheinlich noch schwerer wie der Automat, oder? Ziemlich sicher, so wuchtig wie der aussieht. Mal gucken, ob ich das jetzt rauskriege auf die Schnelle, so wie ich es mir vorstelle. Ähm, 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 da. Okay, Porto bei 3000. 3000 ist überraschend wenig für die Variante mit nur die Karte. Ich hätte da auf mehr getippt. Mit der Main Unit 7400, irgendwas ist das? Oh, ist das weniger geworden? Und mit dem Stick 9000. Ja, ich würde vermuten, dass sie halt alle dann angepasst haben und der dadurch eher teurer geworden ist. Der Stick, ich wäre schon neugierig drauf, aber dann hätte ich natürlich äh, nicht die Einzelkarte kaufen sollen, weil jetzt wär's total bescheuert. Außer du, naja gut, wir könnten natürlich dealen, du kaufst mir die ab, aber das, ne, lassen wir das. Also, das ist eigentlich völlig absurd. Der Stick ist viel zu teuer dafür, dass ich ihn dann einmal benutze und da sind wir immer auch nur zu groß. Eigentlich, der steht dann so blöd rum. Also, der nimmt auch noch Platz weg und alles. Also, so, ne, wäre ich mir, glaube ich, nicht geben. Ähm, vor allem Operation Wolf will ich auch, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht wirklich spielen will. Und Night Striker kann man ja noch einigermaßen normal auch spielen, wenn ich es richtig verstehe. Egal, was ist das hier? Ein Plug and Play von Danger to Go? Ist das ein neues? Von, oh, 7. Dezember 2023. Ich glaube, ich muss mal einen Herrn Pixel fragen, ob er Bock hat, sich wieder so ein Ding zu importieren. Das wäre doch ein, oh, wow, der schaut sogar ziemlich wertig aus, der Stick. Was steht denn hier? Go on the Train Release 2007, Shinkansen-Edition. Oh, this is the only equipment that can be played by Simulations in ganzen Games. Äh, bläh, 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 das schicken sie sogar nach Deutschland. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, egal. Ja, wurscht, wurscht. Was mich ärgert ist, vor ein paar Wochen kam ein, ein neue, äh, S-Bahn-Simulation raus, von den Typen, die das S-Bahn-Ding rausgebracht haben, das ich mir mal vor einer Weile importiert habe. Aber leider haben sie da wieder keinen englischen Ton oder englischen Text eingebaut. Es gibt nur eins, das, das, das mit englischen, eins mit englischen Texten und die anderen fünf oder sechs, die es gibt, sind alle nur japanisch. Das ist so ärgerlich. Ich würde mir das, ich würde mir die alle kaufen. Einfach aus Prinzip, wenn ich es sehr verstehen täte. Aber zusinnig, die Deppen, ach, naja, gut, kann man nichts ändern, ist halt so, ist halt so. Jetzt bin ich gerade ein bisschen blöd schauend, wo kommen die guten Kundenbewertungen her, wenn das Ding doch erst die Tage rausgekommen ist. Habe ich das Falsche angeklickt. Äh, wo steht denn hier die, wo ist denn die Software-Info hier in der Liste? Ich bin jetzt ganz blöd. Ah, hier, 15. Nee, 2022. Okay, ich habe das Falsche angeklickt. Dann war es das Neue, oder? Ja, 14. Dezember, 2023. Ja, ich würde es kaufen, wenn ihr mich nicht, aber wenn ihr mich nicht haben wollt, dann könnt ihr mich mal kreuzweise. Das ist echt, naja, hilft ja nichts, ist so. Okay, äh, das dazu, ja. Ist die PS5-Version von Puzzle Bob, ach, Cookie. Nein, ich kriege ein Paket. Okay. Haha, 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 okay. Also mal gucken, vielleicht ändert sich die, äh, die Videoreihenfolge nächste Woche ein bisschen. Oder ich, oder ich schiebe es auf Sonntag. Also entweder ändert sich was, oder Sonntag in der Woche kommt ein Video, das ich jetzt nicht so eingeplant hatte. Das werden wir sehen. Derjenige, der es geschickt hat, hat das jetzt dann schon mitbekommen. Nett. Mal gucken, vielleicht kommt, ne, bin mal gespannt. Gut, gut, das, oje, das, schön, die kam gerade eben, die E-Mail, schön, ah, ja. Äh, ich hab, ach so, ich hab auch was bestellt, das kam mit DPD, was, also, aber, das erste, also seit, ich wundere mich auch, also bei DPD kriegt man nicht zwingend immer eine E-Mail, stellt sich raus. Aber ich hab diesmal keine E-Mail bekommen, dass ich was erhalten werde. Das kam heute, das war einfach im Postkasten. Also, oder es ist eine andere Versandart, keine Ahnung, also die, die Sachen von, von Bitmap-Books kommen immer mit DPD, die sind immer angemeldet und zwei, drei andere Geschichten auch. Ähm, und da war gestern im Tracking, siehst du, so, in, äh, Paketstelle angekommen, dann, äh, Sortierfehler in Paketstelle. Und ich so, äh, um 8 Uhr morgens, und dann hab ich, oh, scheiße, aber gut, es hat nur einen Tag länger gedauert, war okay. Ähm, ja, wo war ich, okay, jedenfalls, da kam also was. Äh, die drei, äh, so, Puzzlebobble 3D auf der PS5, ist das mit VR2 spielbar? Das kann ich dir, das wollte ich grad nachgucken, vorhin hab's dann vergessen. Ich leg mich jetzt aber mal, ich guck mal, das müsste im Store ja stehen. Äh, 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 steht natürlich PS5, PS, hä, hä. Spiel auf deinem Fernsehen, deinem VR-Headset. Ähm, also, ich bin mir mal ziemlich sicher, dass nein. Ich guck noch mal, erinnere mich noch mal, falls ich's beim nächsten Mal wieder nicht gesagt hab, ähm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nein. Und ich kann dir aber auch sagen, selbst wenn's ginge, ich fand's nicht besonders toll. Also, um, ich fand das Puzzlebobble 3D an sich nicht toll. Es spielt sich irgendwie nicht wirklich schön. Ähm, ich würd' sagen, spiel einfach jedes beliebige andere Puzzlebobble eher. Das, das ist klassisch 2D, macht's einfach mehr Spaß. Ist meiner Meinung grad so. Okay, ähm, jo. Und ich glaub, das war's. Schönes Wochenende, sagt der Düsi. Sag ich, danke gleichfalls. Guti, geh mal weiter. Der Max hat geschrieben. Moin da draußen. Hallo, Ulrich. Ein frohes neues Jahr wünschst du mir und der Kerngruppe. Gleichfalls. Heute schreibt er schon am Donnerstag, der noch eine Menge zum Schreiben hat. Gut, dann gehen wir's an. An Weihnachten hat er mit seinem Vater und Bruder diverse Blockbuster-Filme auf Blu-ray angeschaut. Von Indiana Jones und das Rad der Schicksal über Elemental bis hin zu Dune. Elemental kann ich verstehen. Dune verstehe ich auch. Auch wenn's mich persönlich interessiert, aber warum quält man sich freiwillig mit dem Indiana-Jones-Film? Gut, ja, so aus morbider Neugier. Gut, okay, also ich hab... Ist der denn inzwischen bei Disney Plus? Könnte sein. Müssen wir mal schauen. Ach, ich hab... Gestern hat mir innerhalb von ein paar Minuten kam erst die E-Mail von Spotify, dass sie mir jetzt den Vertrag gekündigt haben, weil ich ja nicht zugestimmt hab, der 1-Euro-Erhöhung. Sie haben mir aber am 31. noch Geld abgebucht. Und dann hieß es... Okay. Dann nächste Abbuchung Ende Januar, glaub ich. Und dann jetzt heißt es zum Abrechnungszeitraum Februar wird mir gekündigt. Bin mal gespannt, ob sie mich im Januar noch abbuchen. Oder ich könnte auch selber rausgehen. Nee, kann ich das überhaupt noch? Ja gut, und dann bin ich halt wieder kostenloses Spotify-Konto, was jetzt auch kein Problem wäre. Und wenn doch, die 1 Euro mehr... Der ist kein Problem. Den kann ich verkraften. Dann kam aber zeitgleich mehr oder weniger die Mail von Amazon jetzt, wie wir ja alle wissen, ja, ab Februar jetzt dann, hier, kriegt ihr wer mit Werbung zugeschissen. Angeblich nicht so viel, aber ja, ja. Wenn ich Freebie anschaue, das ist schon ätzend genug. Vor allem Freebie hat die Werbung drin, auch wenn man ein Abo hat für normaler Prime-Video, was echt nervig ist. Das ist echt blöd. Und wenn ihr das nicht wollt, dann zahlt mal 3 Euro mehr. Oder sind es 3 Euro bei uns auch, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Ja, also das ist eine Frechheit. Ich meine, alle anderen haben jetzt auch Werbetarife. Aber die haben halt dann gesagt, okay, die Werbetarife sind billiger. Und nicht, die sind der gleiche Preis. Und wenn du das alte wolltest, wird es noch teurer. Ich glaube, Netflix ist schon teurer geworden. Kann ich mal... Wenn ich mich täusche, aber ist der Werbetarif zumindest billiger als die... Als der vorige Normaltarif. Also das ist eine Frechheit. Ach, ach, Wim. Oh, Prime überträgt Wimbledon. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich gelesen und schon wieder vergessen gehabt. Das bringt mir jetzt nichts, weil Wimbledon auf Sky war. Und das hatte ich ja. Naja, hilft ja nichts. Also jedenfalls, das Prime ist schon echter Frechheit eigentlich, was da jetzt abläuft. Aber naja, irgendwann... Vor allem, damit sie uns weiter tollen Content geben können. Ihr habt genug Scheiß-Content. Dann macht halt nicht jede Dreck-Serie so ein Scheiß wie die Härte-Ring-Serie, nach der keiner verlangt hat, so ungefähr. Und schon könntet ihr euch die Erhöhung sparen. Aber nein. Naja, egal. Essen gab es Ratatouille mit Heck beim Max, Pasteten, Reh und Tafelspitz. Ja, das klingt nach Aufwand. Und hoffentlich hat es geschmeckt. Ich glaube, es ist nichts für mich teilweise, aber... Aber ich habe ja auch einen besonderen Geschmack mehr müssen. Gezockt hat er so die Coden-Reihe auf der PS2. Spielt sich trotz alter Grafik verdammt toll. Leider muss man einige Laufwege in Kauf nehmen. Immerhin kommt er mit dem Kampfsystem zurecht. Ja, das ist ja wohl das Wichtigste. Bei den 108-Sterne-Kämpfern besitzt er jetzt schon mal 93. Und Spielstunde ist es ungefähr bei 81. Ja, das kann man machen. Ich komme einfach... Ich sage mal so, ich kann es verstehen, dass man sowas macht. Ich habe einfach nicht die Zeit und Muße und Geduld. Ich habe so viele neue Spiele, die meine Zeit fressen, dass ich mich nicht mehr an die Alten hinhocken kann, will, werde. Ich schaffe es ja nicht mal mehr, immer noch nicht, Persona 5 Royale noch mal zu spielen. Und das ist ja modern, wenn man so will. Aber jetzt, wenn dann Like a Dragon hoffentlich in absehbarer Zeit bei mir eintrudelt, dann da werde ich mich reinversinken. Das Gute ist, ich habe auch die Zeit höchst normalerweise dafür, weil für die Ausgabe klappt es nicht. Und für die nächste schreibe ich wieder ein paar Wochen Zeit. Da bin ich so gespannt drauf. Und ich habe so Bock drauf, weil das Demo war super und auch dieser Dokodon oder wie heißt die Insel, also das Animal Crossing quasi. Oh Gott, hey, so cooles Zeugs. Ah, freu mich. Na gut. Beides Geschenke hat er sich selbst mit diversen Spielen beglückt, nämlich Airtwister auf der PS5. Gute Idee. Bessere Fassung. Fate Samurai Remnant. Auch PS5. Auch beim Gewinnspiel gewonnen. Nicht schlecht. Cooler Preis. Sehr schönes Spiel. PS5 läuft es auch fast immer sehr stabil. Echt gut. Spider-Man 2. Ja, das habe ich immer noch nicht gespielt, aber ist natürlich, wie wir wissen, gut. Was er aktuell spielt, und was er aktuell spielt eben, dann Sonic Frontiers für die Xbox, Sonic Superstar für die Xbox. Ja, kann man schon spielen, Sonic, wenn man will. Ich bin so sub-fasziniert davon, aber Frontiers sollte ich endlich mal ausprobieren. Vielleicht macht es mir doch mehr an. Pikmin 4, auch schön. Ein Limited Run, äh, Limited Run Game von Limited Run Games, Radiant Silver Gun. Auf der Switch wusste ich gar nicht, dass sie es hatten. Das gibt es in Japan, glaube ich, doch regulär verpackt. Ist ja egal, aber ja, es ist, ich weiß, wie wichtig das Spiel ist, auch wenn es mich nicht für mich ist. Und zwei Platinum Games Goodies bei Amazon Japan bestellt. Platinum Game Goodies? Sagt mir jetzt leider nichts. Klär mich auf, was das genau ist, bitte. Okay. Zwei Tage vor Silvester war er im Kino, hat Girl in the Night's Show angeschaut. Die war die Vanille-Geschichte von Bindi-Ballidi. Auch wenn er kein Fan von den zwei nicht singenden Chorregale Friedhelm-Firms war und Schweighöfer nicht mag, überzeugt hat sie ihn durch die Realsatire. Ja, Schweighöfer bin ich ambivalent. Ich muss zugeben, ich könnte mich nicht, als ich überhaupt jemals einen Film gesehen habe mit dem Schweighöfer. Immer nur so die Werbungen und so, und dass der halt so omnipräsent war, das hat mich allein schon rebellisch gemacht, aber der ist wahrscheinlich ganz harmlos. Und Mili-Vanilli, die Zeit habe ich ja auch miterlebt, klar. War ganz... Aber ins Kino gehe ich dafür nicht. Aber war ja schön, wenn es gut war. Fragen. Da die letzte Folge nicht mitgekriegt hat, wie zufrieden bin ich mit dem Analog Pocket? Ich habe nur ein bisschen damit rumgespielt. Eigentlich ganz... Ja, es ist nett. Es ist halt... Mei. Es ist halt ein Luxus-Gameboy, mit der andere Sachen emuliert. Er macht, was er soll für mich, und das passt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es... Das war mir gar nicht bewusst, dass es diverse Cores gibt, wo man nicht safe staten kann, was nicht... Und auch nicht kommen wird, sagt mir mein Neffe. Ähm... Doof. Und dass die Grafikfilter nicht mit allem gehen, aber okay, das war mir bekannt. Und ich finde, äh... Die Einrichtung ist ein bisschen fummelig bei einigen Sachen. Okay, aber auch nicht so wild. Macht man... Kriegt man schon hin. Ich finde ein bisschen das Menü-System ein bisschen super nüchtern. Also... Nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich finde, er liegt auch... Er fliegt nicht ultra sexy in der Hand. Ich finde, da... Ich überlege gerade, wo ich... Habe ich ihn eigentlich... Wo habe ich ihn denn hingelegt überhaupt? Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo ist... Ah, jetzt hier. Ich finde, da ist hinten ein bisschen... Die Kante... Er ist ein bisschen kantig. Das ist ja offensichtlich gewollt, dass sich die obere Hälfte von der unteren so abhebten Millimeter... Aber ich frage mich, warum. Das ist nicht so ergonomisch super bequem in der Hand zu halten. Aber ja, schönes Ding. Ist halt ein absolutes Luxus-Objekt, das man nicht braucht. Aber wenn man es sich leisten kann, dann kann man es sich auch leisten. Passt schon. Er ist sehr happy damit, Metamax. Eigentlich gab es ein paar GBA-Spiele mit Bugs, wo er dann neu starten muss. Also ich habe nur ein paar probiert, die liefen eigentlich. Und beim GBA-Core kann man... Das ist gut. Ich habe eine Handvoll eigene GBA-Module, aber da bin ich dann auch zu faul, die rein und raus zum Stöpseln. Und höchste Zeit meint er, dass das neue Update runter geht. Ja, der kam vor ein paar Wochen raus. Und jetzt geht zumindest mal die CRT-Core bei den Konsolen, bei den Handhelds, kurioserweise nicht. Aber es ist wohl so... Aber da kann man ja selber irgendwie die Setup rumpfuschen, aber da bin ich auch zu bequem. Aber ja, nette Sache. Reinige ich meine Spielmodule? Nö. Warum? Ich mache es ja auch nicht dreckig. Ich meine... Gut. Ich habe ja keine... Quasi keine Module aus der alten Zeit. Kein SNES, NES, Gameboy auch nicht. Ganz wenige GBA und die sind in der Packung. Und N64 wären die einzig. Die liegen bei mir irgendwo lose rum. Die meisten, weil ich sie aus den Lapperpackungen rumrasse. Die müsste man vielleicht mal reinigen, wenn man sie mal benutzen würde. Aber auch das tue ich ja quasi nicht. Die liegen halt rum. Eigentlich ab und zu denke ich mir, ich sollte die alten Sachen wirklich mal verkaufen. Wenn ich doch weiß, ich werde sie so gut wie nie mehr spielen. Und wenn doch, dann kann ich mir auch ein Emo irgendwo aufklemmen. Gerade die alten Konsolen, wo man einen modernen Fernseher ja gar nicht mehr richtig anstecken kann. Oder selbst wenn dann halt das Bild irgendwie nicht gut ausschaut, weil Röhren... Für alte, kleine Röhrenfernseher konzipierte Sachen auf 50 Zoll OLEDs einfach scheiße aussehen. Oder man müsste sich für teures Geld irgendwie einen Tink kaufen oder was auch immer man dazwischenstecken kann. Da bin ich halt... Ich bin doch nicht bescheuert. Also bin doch nicht wahnsinnig. So weit geht es dann doch nicht, die Liebe. Aber das... Ich sage mal so, wenn ich eine Möglichkeit hätte, meine Sammlungen weitgehend oder ganz komplett zu zivil... zu verträglichen Preisen zu verkaufen, ohne mir Stress machen zu müssen, dann würde ich echt drüber nachdenken. Aber ich... Da müsste ich wahrscheinlich suchen. Also was sie sicher nicht machen will, ist, die auf Ebay zu verhökern, wo ich dann mich mit jedem Einzelnen rumschlagen muss und dann immer das Risiko habe, dass irgendeiner der Käufer nicht so ganz... so ganz aufrichtig, ehrlich, korrekt ist. Also nee, danke. Aber ja, ist so. Also tatsächlich würde ich wahrscheinlich... Ja? Schwer zu sagen, aber ich könnte... Also ich denke mal, Playstation 1 könnte ich mal gut vorstellen, dass sie es verkaufen. PS2 wahrscheinlich auch. Ja, Xbox und 360, die Sachen, die... die nicht auf den neuen Konsolen laufen, wahrscheinlich auch. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Ich habe auch vor allem... Oder dass ich zumindest mal die Teile der Sammlung verscheppere, die ich... äh... einfach aus... wahllos zusammengekauft habe, weil sie jetzt halt gerade reduziert waren oder so und ich dann nie gespielt habe, weil es mich eigentlich eh nicht interessiert hat. Warum kaufe ich den ganzen Quatsch? Ich weiß auch nicht. So rückblickend... Das mache ich heutzutage... Ich sage mal, bei der Switch habe ich sicher genug Spiele, die ich einfach nur gekauft habe aus der Laune raus und nie spielen werde. Aber bei den anderen zwei neuen habe ich ja so wenig verpasst. dass es dann egal ist. Aber... naja... Wurscht. Also ja, damit reinige ich nicht. Ich bin abgeschweift. Habe ich die Darts-Werbung gesehen? Ja, habe ich. War ja recht cool. Zuerst mal, solange die Deutschen dabei waren, war es schon relativ cool. Und dann natürlich, was der Littler da abgezogen hat, war super cool. Da waren ja ein paar ultra spannende Matches dabei. Das... Halbfinale vom... Cross. Viertelfinale, wo er 0-4 hinten war und dann noch 5-4 gewinnt. Mhm. Und jetzt natürlich das große Finale. Also ja, war... So war es Darts cool. Ja, habe ich. Also nicht alles angeschaut, aber viel. Natürlich blöd, wenn man auch spielen sollte. Aber ja, gespielt habe ich vor allem fast nur Zeug für die Arbeit. Es war zum Glück vieles dabei, was mich auch motiviert hat einigermaßen. Oder es war nichts aktiv Schlechtes dabei. Da waren ein paar dabei, wo ich mir auch gedacht habe, es ist nicht so schlecht, wie man gehört hat. Gott sei Dank. Aber ja, könnt ihr ja nächstes Mal lesen. Was war meine Berührung mit der Doom-Serie? Doom, das Erste, da war ich Pi mal Daumen 18, also gerade so um 18, 20 irgendwas und dann da war ich in einer Chat-Mailbox, in einem Chat-Mailbox, also BBS, wie haben wir es genannt? Mailbox, oder? Halt mit dem Modem so in München ein paar Leute kennengelernt. Meinen, wir haben unsere Telefonrechnungen, das ist nicht mehr feierlich, wenn man halt dann denkt. Und da hat sich dann mal irgendwie ergeben, dass ich da halt dann mal auf, die haben dann so in der Privatwohnung ein paar PCs zusammengekoppelt und ich bin halt hingefahren, hab dann auch ein bisschen mitgespielt und da übernachtet. Das war so mal mein LAN-Party-Erlebnis, wenn man so will. Und Doom an sich halt, klar, wie es rauskam, hat mal geschaut, dass man drankommt, hat es gespielt, das Erste und das Zweite auch. Das war cool. Quake habe ich irgendwie nie groß probiert. Doom 3 war dann ja, nach Doom 1 und 2, die Sachen sind ja nicht mehr, sind ja andere Dooms. Die modernen Dooms habe ich immer noch nicht gespielt, sollte ich vielleicht mal, aber ja, Classic Doom ist natürlich schon einfach, ist halt ikonisch, ist ja auch relevant wie Sau und es ist halt einfach, war halt auch cool. Und das kann man meiner Meinung nach heute auch immer noch gut spielen, weil es halt einfach so ein pures, reines, gelungenes Werk ist, dass es funktioniert. Und natürlich uralt ausschaut, aber trotzdem gut ist, vor allem, weil es jetzt heutzutage der alte Look aber mit einer super Bildrate ist. Doch spitze, sowas funktioniert. Ja. In diesem Sinne, schönes Wunder, bleibt all gesund, meint der Max. Er spielt weiter Spider-Man, bestes Spidey-Spiel. Das kann sein, Spider-Man 2. Ich meine, ich habe ja viele Spider-Man-Spiele getestet auf, zu Playstation 1 und 2 Ära, vor allem. Danach, glaube ich, habe ich keinen Bock mehr gehabt, habe es andere Leute machen lassen. Äh, ja. Ich bin noch nicht dazugekommen. Ich habe noch nicht mal als Erste und Miles Morales gespielt. Das ist so peinlich, ich weiß. Naja, egal. Gut. Dann kommen wir zum Finale. Das ist jetzt nicht ganz so happy, happy Highlife, aber wollen wir mal. Ja, der Tokio schreibt nämlich, eher weniger frohes Neues. Hallo, ruhig und nachträglich, alles Gutes und Geburtstag. Danke dir. Ich hatte Geburtstag die Woche. Es ist korrekt. Wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Die Zahl könnt ihr euch selber raussuchen. Macht ja nichts. Ich habe es nicht an die große Glocke gehängt. Wobei ich mal gucken muss, ach, Moment, mal gucken, wie viele Leute sich auf Facebook, also Facebook waren dieses Jahr sehr wenige, wenn immer weniger, aber es ist halt auch normal, weil man bei Facebook nicht viel schreibt und Facebook wird ja auch immer beschissen. Aber es gibt sicher wieder eine Handvoll Leute, die jetzt dann meine meine Bedank-Mail gemerkt haben. Hups, ich habe es vergessen. Ja, genau. Wusste ich es doch. Nachträglich, nachträglich. Ach, der Diego. Hallo, Diego. Na denn? Hat es gar nicht auf dem Schirm gehabt? Naja, muss man ja auch nicht. Oh, noch ein paar. Oh, gleich zehn Stück. Ja, was denn? Fast so viele, wie es mir grundsätzlich gewünscht haben. Das ist nochmal spannend. Ihr seid sehr lustig. Na gut, ja, freue ich mich schon. Es ist alles so banal und ich mache es persönlich nicht, weil ich eben Facebook kaum noch benutze. Aber wenn jemand dann noch dran denkt, das haben ja auch ein paar Leute, haben mir eine E-Mail so geschickt und eine SMS habe ich auch bekommen von jemand, wo ich erstmal die Nummer nicht hatte. Er hat es zum Glück draufgeschrieben, wer da ist. Ich habe seine aktuelle Nummer nicht und da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Mal gucken. Der meint, vielleicht trifft man sich ja immer wieder in den alten Cybermedia-Halten. Ich wüsste jetzt nicht, warum er vorbeischauen sollte, aber wir werden es, ich meine, abgesehen davon, da müssten wir es ja vorher abmachen, weil ich ja auch nur ganz punktuell ab und zu aus dem Homeoffice raus ins Büro komme. Ich war die Woche zwar ein, zwei Mal, wir mussten ja Fotos machen und so Scheiß, aber egal. Naja. Jedenfalls. Das neue Jahr ist im Gange, aber für ihn fühlt es sich eher wie das letzte an, von neuen Elan keine Spur. Ja gut, wie gesagt, bei mir sind Sachen im Umfeld, die diesen Jahreswechsel jetzt nicht unbedingt Highlife gemacht haben, aber es ist halt, wie es ist. Mag vielleicht auch ein Stück weit weiter am Wetter liegen, meint er. Man sieht von morgen bis abends eigentlich nur grau und nass. Ja. Gott sei Dank sind sie hier in der Region noch weitestgehend verschont von Hochwasser, wenn man sich so ansieht, was anderswo in Deutschland momentan los ist. Das ist richtig. Ich muss zugegeben, ich verfolge es nicht so sehr, weil wir sind hier auch im Paradies, in Anführungszeichen, wo halt nix ist. Obwohl ist es gelogen, wir hatten ja im Sommer, im Herbst diese Hagel-Geschichte, wo es die ganzen Rollläden kaputt geschossen hat. Das ist der Hammer. Aber so Überschwemmung oder so Quatsch, also gerade hier in meinem Wohnhaus gibt es das einfach nicht. Das ist schon, es ist gut, sagen wir es so. Ich meine, wenn ich jetzt wieder sehe, Schuldenbedenken, ich bin mir nicht. Welches Land mal süchtig die Arschkarte im neuen Jahr hat, ist Japan. Das habe ich hier. Zuerst das heftige Erdbeben. Der Gag war, ich habe einen Neujahr-Stream bei Virtual Japan angeguckt und also, ich habe ihn nicht gesehen, der war schon fertig, wie ich aufgestanden bin, weil er dann recht früh angefangen hat diesmal. Der, der müsste aber genau, da müsste es Beben gewesen sein, aber ich, ich würde mich jetzt, glaube ich, oder ich müsste echt nachvollziehen, aber also, er wohnt ja in Tokio, das ist ja weit weg von der Hauptquelle, aber trotzdem, das kriegt man ja dann auch noch mit, aber egal. Dann einen Tag später das Flugzeugunglück am Hanneter-Flughafen, wo er schon von einem Wunder sprechen kann, muss, dass es im Passagierjet keine Toten gab, wenn man sich den Feuerball ansieht, natürlich trotzdem tragisch, dass im anderen Flugzeug fünf Menschen ums Leben kamen. Das stimmt, ich habe es, ich habe, ich muss zugeben, ich habe kein Video angeguckt, ich habe es mitbekommen und habe gedacht, wie kann das eigentlich sein? Also es war schon Verkettung unglücklicher Umstände offensichtlich sehr ärgerlich. Und einen Tag darauf gab es dann im Westen des Landes in der Nähe von Fukuoka, glaubte er, meinte er, ein Großbrand in einer beliebten Einkaufsstraße, das habe ich nicht mitbekommen. Und am Nachmittag meinte er, eine irre Frau in der wohl meistgenutzten Subway, die ja Manotelein, vier Menschen abzustellen. Auch das habe ich nicht mitbekommen. Das ist krass, was ist da denn los? Da fragt man sich wirklich, wie viel Mist kann einer in kürzester Zeit wieder fahren? Das ist schon hart, ja. Das ist schon... Huch. Mal abwarten, was das Jahr 2024 sonst noch alles bereit hält für die Welt. Er ist sich ja sicher ein Ereignis mit definitiv nicht mangeln. Man muss ja nicht weit schauen. Schauen wir einfach mal an die Nordsee, Küste, oder was die Oste Küste, was da heute abgegangen ist. Da könnte ich mich auch so dermaßen aufregen, das Bauernpack, das kann man ja so sagen, das sind ja gar nicht die echten Bauern. Wir sind alle unterwandert von Nazis. Ja, dann müsst ihr halt was dagegen tun. Aber nein, wir wären so unterwandert, aber die haben uns ja immer noch nicht alles wiedergegeben. Jetzt haben sie super... Also es ist eh schon ärgerlich. Die Regierung ist ja schon ein Stück weit eingeknickt und hat ja einiges zurückgenommen, was wir machen wollten, mussten jetzt. Und das reicht nicht. Nein, wir müssen alle streiken. Deswegen machen wir jetzt ab nächster Woche weiter Terror. Es ist ja Terror wirklich. Und ich meine, so doof ich die Klimakleber finde im Verhältnis zu denen, was diese Bauern jetzt, Bauern in Anführungszeichen, jetzt auftreiben, ist das alles harmloser Scheiß. Und kein Scheißwort von diesen asozialen Politikern, die alle Klimakleber wegsperren wollen, sonst das Maul nicht zukriegen, vor Rumgehetze und Hass voll von AfD anschieben. Wir wissen, von wem wir reden. Ich muss es nicht laut sagen, glaube ich. Und kein Wort von den Pennern dazu. Nicht eines. Null. Da siehst du, was das war. Ganz scheiße. Ich finde das alles so kacke. Ich finde diese Leute hier in meinem Bundesland, in meinem Freistaat und in der Opposition, ich finde die so furchtbar kacke. Das ist zum Kotzen. Aber siehst du ja, die ganzen Arschlöcher sind ja für die. Also, ich weiß nicht, wie man als Mensch mit Anstand und Moral das Pakt nur wählen kann. Und da redet man nicht nur von den Nazis, sondern von den Nazi-Anschiebern, weil das ist ja was. Nichts anderes passiert da. Das ist so zum Kotzen. Das geht überhaupt nicht. Es geht gar nicht, was da abläuft. Und dann die Zeitungen und die Newsportale. Oh Gott, ganz, ganz furchtbares Dreckspacks. Ganz schlimm. Ah, ja. Naja. Gut. Was soll man sagen? Ist halt so. Und jetzt bin ich wirklich kein Baumkuschler. Das kann man mir nicht vorwerfen oder unterstellen. Aber das regt mich so dermaßen auf. Ich befürchte so, wenn die nächste Wahl ist, dann wird es bitter. Ich meine, das einzig Gute ist, dass naja. Wenn wir schwarz-braun kriegen, ist natürlich alles aus. Da braucht man nicht rumtun. Ich befürchte, es ist durchaus, also gucken wir mal, wie die Landtagswahlen ablaufen. Ich bin nicht so sicher, dass das nicht passiert. Die Brandmauer. Wobei heute der Oberrechte von der einen Partei, der jetzt eine eigene Partei gründen will, weil er seine eigentliche Partei eben nicht rechts genug ist, obwohl sie sich wie die AfD mit Inhalt aufführen. Super. Unglaublich. Aber gut, das kann eigentlich nur, ne, es kann eigentlich nicht gut sein, weil dann wird, oh je, ja gut, vielleicht doch. Oh Gott, nein. Ja, regt mich auf. Man merkt es gleich. Naja, was man jetzt schon sagen kann, meint er, dass natürlich alles wieder teurer wird. Er denkt, ich habe auch schon die Amazon-Mail bekommen, ja, wo man einem freudig mitteilt, dass er im Februar Werbung in Videos eingeführt hat, es sei denn, man kauft sich frei. Ja, wie gesagt, also Amazon macht es da schon besonders arschig. Das ist einfach so. Das, dann sollen sie halt eine billigere Stufe einführen. Aber das ist, wobei ich gerade gar nicht weiß, was Amazon aktuell kostet. Ich glaube, es ist immer noch, also im Verhältnis zu Netflix sind es auf jeden Fall billiger, aber ich glaube, Disney ist, aber sie sind teurer als Disney, glaube ich. Und viel mehr habe ich ja nicht. Naja. Er glaubt, er wird jetzt erstmal schauen, wie aufstehend diese Werbung dann ausfällt. Ein oder zwei Clips würde er noch in Kauf nehmen. Ich befürchte, das wird es nicht sein. Wobei, ich habe heute mit dem Steiniger mal geredet, er meint auch, bei Freeview war es auch so, manchmal Folgen, fünf Werbungen, manchmal nur eine. Ich habe einmal bei Freeviews geschaut, da hat man in der Timeline gesehen, da warten mindestens vier Werbeblöcke auf mich. Die sind dann zwar relativ kurz, aber es sind halt gleich vier. Also es ist echt, ah. Ich meine, bei YouTube lasse ich es, bei YouTube akzeptiere ich es ja auch noch, wobei das manchmal schon, bei Livestreams ist es ätzend, wenn eine Werbung neigeredet, weil da verpasse ich ja, was der sagt in den 20 Sekunden, wenn es dumm läuft. Aber, naja, hilft ja nichts. Unschön bleibt das Ganze, aber so und so, das ist richtig. Die ganze schöne Streaming-Welt verkommt immer mehr zu einem Streuselkuhl, wo man für jedes Brötchen extra zahlen soll. Ja, und deswegen wird sich jetzt auch wieder, die Renaissance der, der Freibeuter-Ära, wird sich natürlich wieder, äh, wiederkommen. Ist doch klar. Das, die Leute, es ist ja nicht so, die Leute sind ja gewillt zu zahlen. Wie gesagt, Spotify kostet auch einen Euro mehr, einen Euro geht schon. Noch. Und Spotify bietet mir ja tatsächlich einen Mehrwert mit den Playlisten und so, die müsste ich mich ja sonst selber drum kümmern, da bin ich zu faul für. Aber ob ich jetzt eine Serie anschaue und nicht vor die Glotze hocke und einen Knopf zum Abspielen drücke, ob ich da, das macht es jetzt nicht so, das ist nicht so der große Unterschied. Aber, naja, wir werden es sehen. Naja. Er ist ja mal gespannt, wie sich Game Pass und PlayStation Plus entwickeln werden. Soli teilt ja auch schon auf und Microsoft hat mit dem Core-Abo quasi schon ein Light-Modell geschaffen. Vielleicht muss man irgendwann auch für 4K und 60 zusätzliche Zahlen, wer weiß. Naja, das glaube ich nicht. Also ich sage mal so, wenn Microsoft mehr Geld für, wenn sie für Cloud-Streaming extra Geld wollen, das finde ich auch okay, weil das können sie sich da, das muss ich ja nicht haben. Core ist ja nichts anderes wie Gold im Endeffekt. Also das ist, finde ich, kann man nicht so ganz vergleichen. Core ist für den Arsch. Im Verhältnis auch. Und teurer geworden sind sie ja beide eh schon. Also das ist, da fällt mir gerade auf. Unser Reaktions-Abo ist aufgelaufen, muss ich mich nochmal drum kümmern. Sie sind jetzt erst teurer geworden. Ich glaube, das bleibt jetzt erst mal so. Bei Sony ist halt nur das Premium, der Premium-Range ist halt einfach für den Arsch, weil eine Handvoll Retro-Oldies, ja gut, die zwei oder drei, die ich dann will, die kann ich mir auch kaufen auf Dauer, auch wenn es dann, wie bei Red Tracer 2, leider ein paar Monate gedauert hat, bis endlich rauskam. Aber dann hat es 10 Euro gekostet. Sonst hätte ich im Monat 5 Euro dafür zahlen müssen. Nee, danke. Und Streaming von alten Spielen ist mir dann auch, Cloud-Streaming mag ich einfach nicht. Wobei, selbst wenn es bei Sony besser laufen sollte, wie jetzt bei, wie die Cloud bei Microsoft, die einfach nicht geil ist. Für alles, was nicht ein Standbild ist. aber, naja, egal. Aber genug negative Vibes, meint er. Freue ich, weil sie dem Geburtstagsknodig und absehbar ist eine Zeit von ihm vorbeigebracht werden, insofern DHL mitspielt. Ja, das habe ich ja vorhin zufällig gerade live mitbekommen, während der Aufnahme. Jo, schauen wir mal. Dann gehen wir zu dem Frageblock noch. Fragen, was glaube ich erwartet uns dieses Jahr ein neuer Hardware? Switch 2, PS5 Pro, neue Retro- oder Mini-Konsolen? Ähm, also eine Switch 2 würde eigentlich Zeit wirklich für, weil, also, es ist ja einzunehmen, dass Nintendo Anfang, Mitte Februar wieder ein Direct macht und dann ist halt die Frage, was wollen sie denn da zeigen? Nochmal wieder ein paar Spiele für ein halbes Jahr aus der Mottenkiste rauszerren und neu auflegen. So viel gibt es bald nicht mehr, aber gut, ich meine, könnte ich mir ein Schlimmeres vorstellen. Oder kommt da dann doch, vielleicht die Hardware. Also, eigentlich sollte man meinen, dass es für dieses Jahr ankündigen, ja. Im März, April wird es nicht kommen, das wäre es zu kurzfristig, das glaube ich nicht, aber wird es halt, ne PS5 Pro, die heißt ja immer noch die Gegend. Ich würde mich ein bisschen wundern, wenn es jetzt dieses Jahr schon passiert, weil sie haben ja gerade erst die Slim rausgebracht und nur ein Jahr später, ein stärkeres Modell ist, wäre ein bisschen arg, kurz, knapp, um damit nicht Leute zu verprellen, auch wenn Sony sich vielleicht sagt, ist uns doch eh egal, ihr kauft es ja trotzdem. Würde ja auch stimmen vermutlich. Mini- und Retro-Konsolen, pfff, mei, irgendwelche Revisionen von irgendwas kommt ja immer wieder mal, aber ne, richtig neu. Es kommt von Zuiki irgendwann ein Dancing DDR Automat, also Dance Dance Revolution Automat, wo ich mal gespannt bin, ob man den dann bei Amazon auch kaufen kann, als Ausländer, dann würde ich vielleicht schwach werden, wenn er nicht zu teuer wird. Ich habe doch im Heft vor kurzem was darüber gemacht, stand da ein Preis dabei? Ich glaube nicht. Es ist schwierig, weil es gibt ja auch da nicht mehr so viel. Nintendo hat alles aufgebraucht, außer sie bringen ein Game Boy Mini. Das wäre echt cool, oder ein Super Game Boy Mini. Warum nicht? Das wäre eine coole Geschichte. Ein Super Game Boy Mini, da hätte ich, das fände ich echt cool, wenn dann Donkey Kong zum Beispiel drauf wäre. Was wir ja immer noch nicht in der Virtual Console drin haben, also im Switch Online Abo. Das kann ich jetzt auf meinem, das spiele ich jetzt ein bisschen auf meinem fantastischen Analog Pocket. Tatsächlich. Das, das könnte ich mir mal vorstellen, es wäre cool. Glaube ich nicht, aber es wäre sehr cool. Und, gut, Sega hätte noch Master System, aber ich glaube, das ist zu, zu nicht interessant genug. und dann sind wir doch mit Modulkonsolen eigentlich schon durch, so relevante. Klar, Intellivision oder Coleco, aber das braucht auch keiner. Ich bin dem, ich glaube nämlich nicht, dass, dass Polygon-Konsolen, Polygon-Grafik-Konsolen als Mini wirklich so richtig geil funktionieren täten. Was hätte man da? Saturn, ja, Saturn wäre auch noch cool, aber auch das ist so eine Geschichte. Bei Playstation Classic hatten wir schon gesehen, dass das nicht so geil war. N64 ist immer schwierig, wenn, wenn da ein Filter drauf ist, drauf liegen, sieht es halt nicht mehr richtig aus irgendwie. Wobei, wenn man so die Geschichten so hört, die mit die Mister und die Retro-Tink und sonstigen Geschichten, was da coole Filter sind, dass es möglichst authentisch aussieht, wer weiß. Also ich, ich glaube, wir sind da relativ durch. Ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich Ende des Jahres wieder die dritte SD-Karte fürs E-Gerät. Das dauert noch ewig. War nicht, Moment, irgendwie, SNK legt wieder das Neo-Geo neu auf. Irgendwie habe ich irgendwas die Tage gelesen. Ah ne, MVS, glaube ich, oder MVSX oder wie sie heißen. Das ist dann mehr so ein, ich glaube, so ein Bartop-Arcade. Das ist ja kein Mini nicht. Naja, egal. Ja, warten wir es ab. Apple Vision Pro soll ja schon bald zumindest in den USA auf den Markt kommen. Soll ja in Sachen VR neue Maßstäbe setzen, dafür aber auch günstige 3.600 Dollar kosten. Habe ich das Ganze aus Interesse verfolgt oder lässt mich Apples Vision von VR total kalt? Ich habe nicht viel mitbekommen davon. Es ist, ja, aber es ist irrelevant. Der Preis ist jenseits, jenseits von Gut und Böse. Ich meine, was, so viel besser kann es nicht sein, dass ich sechs Wache von einer Quest 3 zum Beispiel zahlen würde. Kann, kann nicht, gibt es nicht. Und noch dazu Apple. Ich meine, Apple und Spiele ist ja so eine Geschichte. Die App-Lacate ist ein cooles Angebot, aber irgendwie alles trotzdem so halb, halb, nix halbes, nix ganzes, irgendwie so richtig merkwürdig halt einfach. Deswegen, nee, habe ich nicht weiter verfolgt. Das wird, und für den Preis, das ist auch zu viel. Das wird nix relevantes. Nach dem CSX-Kühlschrank kommt jetzt der CSS-Toaster. Die Idee findet er gar nicht schlecht. Wenn man hierzulande das Teil auch verkauft, würde er vielleicht sogar zuschlagen. Würde ich mir auch braun gebrannten Xbox-Toast gönnen? Ähm, nee. Ich habe es gesehen, habe mir auch gedacht, Moment, 40 Dollar ist aber billig. Dass das Ding wirklich das Logo nahe toastet, quasi okay. Und es sieht halt aus wie eine Series S. Also wie billige Konsole, die keiner braucht. Da bleibe ich bei. Ja, nee, wäre nix für mich. Ja, ich weiß nicht, ich meine, wenn es so günstig ist, vielleicht als Gag ins Regal stellen, aber was heißt ins Regal stellen? Nein. Aber ja, ich, also ich denke schon, dass die bei uns mal angeboten wird. Also, ne, wobei, das gibt es in Amerika, ist ja auch nicht bei Microsoft, sondern bei Walmart oder wie war das? Ja, aber, mei. Ganz nett, aber mei. Als ich noch nicht in der Spielebranche beruflich unterwegs war, nach welchen Kriterien habe ich mir die Spiele gekauft? Wertung im Magazin, Hörnsagen oder weil das Cover so gut aussah? Ich überlege gerade, also ich habe ja, also so richtig mit Spiele kaufen angefangen, in einem größeren Umfang habe ich eigentlich erst zu Playstation-Zeiten und da war ja nicht mehr lang, wo ich dann quasi die Sachen habe ausprobieren können, vorher. Aber die ersten, ja, ne, da hat in Augsburg mein ehemaliger Stammladen, der Movin, den habe ich ja hier und da schon mal erwähnt, den gibt es ja nicht mehr, der hat da aufgemacht und da konnten wir alles ausprobieren. Das war so richtig die gläubige Zeit, wenn ein Spiel da war, konnten wir es auch ausprobieren. Mal geschaut, also schon natürlich die Hefte gelesen, geschaut, was ist interessant und dann halt selber angeschaut. Also nach dem Cover habe ich nie was gekauft, nicht seit ich denken kann. Ich würde mich auch nicht erinnern, wie ich jung war, glaube ich es auch nicht. Da hat man auch schon die Happy Computer lesen können, was hat, also nach, so über Berichte, ja, Hörnsagen, nee, das, ich habe nie so, in der Schulzeit gab es eine Handvoll Leute mit Heimcomputern, da hatten wir Sachen ja eh getauscht, da musste man ja nichts kaufen quasi. Wobei, wir haben mal zusammen ein paar Sachen gekauft und dann halt Kopien davon hergestellt. Ich weiß, ganz schlimm, aber war halt so. Aber, nee, da gab es nie so die großen Debatten, kaufst du das, kaufst du das nicht, also das Umfeld habe ich nie so gehabt in der Form. Naja. Gibt es Filme oder Szenen, die kommen sollen, auf die ich mich freue? The Boys nimmt er mal für mich vorweg. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig, weil ich tatsächlich echt gar keinen, seit einer Weile so überhaupt keinen Überblick mehr habe, was, wie, wo kommt. Boys ist halt ein Begriff, der mir noch, ja, Karate-Kit, äh, Quatsch, Karate-Kit, Kobra Kai, die letzte Staffel, aber das wird doch noch länger dauern. Da habe ich just die Tage gelesen, sie haben jetzt die Dreharbeiten wieder aufgenommen, nach dem Streik. Und es werden zehn Folgen wieder und die sind im Schnitt länger wie sonst, weil, ja klar, letzte Staffel, da wird immer alles ein bisschen länger, kennt man ja. ähm, oder ist oft so, nicht immer, aber ist oft so, öfters mal so, See Stranger Things zum Beispiel, ganz komisch, ist das eigentlich schon fertig inzwischen? Ich weiß gar nicht, Ähm, also sie sind, und sie haben nur eine Folge vorher geschafft, also das wird noch länger dauern, aber das, da habe ich Bock drauf, aber dann bin ich auch schon ziemlich durch von den Sachen, die ich jetzt sicher weiß. Aber, macht ja nichts, ich habe ja genug andere Sachen zu tun und zu spielen. Ja. Ein erholsames Wochenende und uns keinen gewünscht und hoffentlich mit besseren Tagen und Ereignissen demnächst, wünscht der Tokio. Danke gleichfalls. Und damit sind wir durch und es sind 50 Minuten. Ich finde, diese Länge ist ganz ordentlich. Also, äh, wie gesagt, es gibt drei Videos nächste Woche. Es gibt diesen Sonntag jetzt ein Import Report und dann gibt es entweder zwei Konsumvideos oder ein Konsumvideo und ein anderes, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ob ich es so eilig machen muss oder ob ich euch auf die Folter spanne bis nach der nächsten Bla-Folge. Ich weiß ja nicht, was drin war, ihr nicht, haha. Aber schauen wir mal. Also die meisten, der Torgeber auch wissen, was er reingepackt hat. Ja, schauen wir mal. So oder so, dann, ja, sind wir durch. Nächste Woche, nächstes Bla, wie immer. Ansonsten wünsche ich auch nochmal hoffentlich einen guten Grudge gehabt zu haben und dass es aufwärts geht für alle oder gut weiter geht für Leute, wo es eh schon gut läuft und dann, ja, schauen wir einfach mal. Die nächste, wenn die nächste Folge stattfindet, bin ich mit dem Heft durch und muss, ich muss meinen, meinen Resturlaub vom Vorjahr bis im ersten Quartal abbauen, was heißt, ich habe jetzt quasi die nächsten drei Monate, vier Tage, wochen, plus noch eine längere Phase. Also es hat sich ganz schön was angesammelt. Das ist, so war es nicht gedacht von mir, aber es hat sich jetzt so ergeben. Aber gut, ich werde damit leben können. Egal, dann, ja, schauen wir einfach mal, alles gesagt und deswegen bis nächstes Mal und tschüss. 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 Tschüss.